Musik Hi, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ja, ich bin draußen, wieder meine Hunderunde. Ich versuche mal wieder Anfang der Woche das Video hochzuladen hier. Ich mache das hier als Frage und Antwort so ein bisschen zu dem letzten Video. Ich habe da ja ein Video hochgeladen mit zwei Tage Bushcraft und von Jägern erwischt. Hierzu möchte ich mal eben ganz kurz so ein bisschen Aufklärung machen. Ich kann euch mal kurz erzählen, was da so passiert ist, weil das kommt ja aus der Sache nicht genau heraus hervor. Ich fange da mal an. Erstmal noch vorweg, ich möchte mich wieder recht herzlich über die rege Beteiligung von euch bedanken. Was war ganz toll wieder. Viele, viele tolle Antworten auf Fragen. Und darum mache ich das jetzt mal so, damit ich nicht unter jeder Frage die gleichen Antworten schreiben muss, mache ich jetzt hier so ein Antwort-Video. Seht euch alle, als von mir betrachtet. Ich habe jeden Kommi lese ich und ich versuche da dem nachzukommen. Heute mache ich das jetzt so mit diesem Video und ich hoffe, das tut dem genüge. Ich fange mal an. Also ich bin mit Henrik raus. Wir sind raus in die Natur, gehen wandern. Erstmal, da sagt denn einer, da kamen ganz viele Kommentare zum Thema, dass ich denn ja mal mir die Genehmigung einholen sollte. Also, wir wandern. Wir gehen los auf blauen Dunst in eine Richtung, wo ich nicht mal weiß, wo ich abends lagern werde. Wir sind zwei Tage draußen, wir laufen da etliche Kilometer, sind unterwegs, laufen einen Kreis, damit wir dann wieder zurück können zum Auto. Das heißt, wir sind dann im Zenit, circa 20 Kilometer oder was, von unserem Auto entfernt. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo wir sind, wo wir anlanden. Daher weiß ich auch gar nicht, wem das Gebiet gehört. Und ich werde nicht vorher drei Tage recherchieren, nur einmal in ein Lager zu machen. Als nächstes möchte ich euch erzählen, dass ich definitiv seit, ich bin mit zehn Jahren bei den Pfadfindern eingetreten. Also ich bin jetzt schon seit 40 Jahren mit Rucksack unterwegs, mache solche Touren. Wir haben niemals irgendwo gefragt, wir haben uns einfach in den Wald geschmissen. Das mache ich auch heute weiter so und das hat auch nichts damit zu tun. Da schrieben dann welche, das ist immer so ein bisschen spitzfindig, wie denn Leute versuchen, so das Haar in der Suppe zu finden. Ich finde das dann spitzfindig, mir dann zu sagen, das musst du ja wissen als Jäger. Natürlich weiß ich das als Jäger. Wir haben früher auch bei uns im Dorf wie die gestörten Motocross gefahren. Wir sind auf der Straße rumgeheizt mit Motorrädern ohne Nummernschild. Wir haben alles Mögliche gemacht. Wir wussten, dass die angemeldet sein mussten. Aber es hat uns, ich sage, nicht die Bohne interessiert. Nicht die Bohne. Weil das ist so auf dem Dorf. Das interessiert uns nicht. Ich bin früher auch mit einer Enduro durch die Wälder geheizt. Ich bin heute auch Jäger. Und ich mache das immer noch. Ich liebe es, Enduro zu fahren. Und wir sind früher mit Motocrossern ohne Zulassung durch die Stadt geballert. Das war schon lange her. Aber die Polizei, das war unser Spaß, uns Rennen mit der Polizei zu geben. Das war einfach so. Und ich bin auch nicht so ein Bürger, der sich so komplett an allem festhält. Also, das bin ich nicht. Und daher, ich bin seit 20 Jahren Outdoor. Und wenn ich irgendwo im Wald pennen will, dann mache ich das einfach. Das nehme ich einfach in Kauf, dass ich erwischt werde. Ich gräme mich auch nicht darum, dass wir erwischt wurden. Ich habe das nur mal das Video gemacht. Also, von mir aus braucht man mir keine Standpauke halten, dass ich das als Jäger wissen muss. So, ich möchte aber jetzt mal eben anfangen. Wir sind da im Wald unterwegs gewesen. Wir haben auch ein kleines Feuer gemacht. Ich schrieb dann auch, ein Riesenfeuer machen. Nee, das war auf einer Feuerschale. Natürlich ist dann unter der Feuerschale auch ein kleiner Brandbereich. Okay, nehme ich in Kauf. Ist so. Wir sind draußen. Wir sind da, weil wir die Zeit erleben, verleben wollen. Und sind dann da am zweiten Tag da angekommen, an diesem schönen Fleckchen Erde, was wir vorher nicht kannten. Und dann, ey geil, hier lagern wir. Haben uns zurückgezogen in den Wald. Und da wir auch kaputt waren, haben wir uns da um zehn hingelegt oder was. Da haben wir schon festgepennt. Auf einmal kam dann, hallo, hallo. Und ich war einmal kurz auf und hatte ihm die Taschenlampe an. Das war's wohl. Zwischendurch hatte ich die einmal eingeschaltet. Und die war dann wohl an der Zeltwand, sodass die Zeltwand leuchtete. So hat uns der Jäger dann wohl gesehen. Und dann standen die bei uns. Hallo, rauskommen. Okay, kommen wir raus. Ich sag, ja, kleinen Moment eben. Ich muss mir mal eine Hose anziehen. Und dann, äh, kommen Sie raus. Ich sag, ja, ich muss mir eine Hose anziehen. Ich liege noch im Schlafwerk. Wir haben fest geschlafen. Bis dahin, also das Feuer war aus. Wir haben alles aufgeräumt da. Alles war ordentlich. Ähm, ja, nur die kleine Feuerschale stand noch da. Und unser Zelt. Nicht, wir sind Leute, die keinen Müll hinterlassen. Das ist ja sowieso obligatorisch. Ja, und dann, äh, bin ich dann raus, so halb unterhosig, mit Stiefeln an. Und dann kamen erst mal zwei Lampen. Ich sag, wer ist denn da? Polizei! Wir sind bewaffnet. Ich sag so, oh. Dann haben die mich immer die ganze Zeit angeleuchtet. Und dann, als ich näher kommen wollte, hat er dann gesagt, bleiben Sie da stehen! Kommen Sie nicht näher! Und ich dann so, was ist denn das denn für Leute? Ziemlich uncool. Und dann hab ich irgendwann gesagt, sie sind keine Polizisten. Ähm, Henrik stand neben mir. Der sagte auch, nee, sie sind keine Polizisten. So, dann weisen Sie sich aus. Und dann haben sie sich erst als Jäger zu verstehen gegeben. Und wurden immer pumpiger. Wir haben dann gesagt, hey Leute, wir haben geschlafen. Wir sind Wandersleute. Wir stören euch hier nicht. Ihr könnt da einfach, ähm, ihr könnt da einfach, setzt euch doch auf euren Hochsitz irgendwo da hinten. Das war weit weg. Ähm, auch gar nicht in unsere Schussrichtung. Ähm, setzt euch da auf euren Hochsitz. Und wir, da, da kommt ja, wir, hättet ihr jetzt, jetzt habt ihr euer eigenes Wild vergrämt, weil ihr hier so rumgerannt seid. Und, ja, und dann sollten wir abbauen. Dann hab ich denen noch erklärt, wenn sie uns einfach pennen lassen, haben sie weniger Störungen, dann können sie da weiter sitzen. Wollten sie aber nicht wissen. Ähm, ich hab mich nicht als Jäger zu erkennen gegeben. Ähm, war mir erstmal nicht. Dann hat er mir irgendwelchen fadenscheinigen Kram erzählt, dass er, in welcher Gefahr ich mich begebe, dass ich erschossen werden könnte, wenn ich dann da lang gehen würde, abends, wenn ich irgendwie pinkeln gehe oder sowas. Ich sag, dann hab ich dann, dann wohnt mir das zu bunt, weil ich bin ja nun mal auch Jäger. Ich bin, glaube ich, ein erfahrener Saunenjäger. Und heutzutage, ähm, nein, ich kann kein Wildschwein vom Menschen verwechseln. Und dann hab ich zu ihm gesagt, dass er jetzt aufhören solle damit. Ähm, zwischenzeitlich hat der eine so getan, als wenn er die Polizei ruft, was er nicht getan hatte. Weil da hinten war Arschwera Empfang. Das war arschweit draußen auf einem Kackdorf, wo kann nicht mal die Polizei, er hätte selbst eine halbe Stunde fahren müssen. Ähm, ja. Und dann wollte er uns dann auf diese Weise dann da, äh, wir sollten jetzt sofort hier verschwinden. Und ich hab ihm dann erstmal erzählt, äh, dass er, wenn er nicht eine Wildsau vom Menschen unterscheiden kann, wenn er darauf schießt, dann sollte er jetzt, sollte nicht wir nach Hause fahren, sondern er und sich ins Bett legen. Weil, äh, das ist, äh, eine Grundvoraussetzung für, das ist das Ansprechen, dass man eben das, woraus man beschießt, erkennt. Dann wollte er mir erzählen, dass wir da und da uns, was wir ja hier alles für gefahren haben. Ähm, natürlich könnte ein Abpraller einen erlegen, aber das mach ich dann, wenn ich Gassi gehe, dann gehe ich mit dem Hund, wenn ich da wäre zum Beispiel. Will der mich dann auch verscheuchen? Also, das ist ja schwierig. Ja, dann habe ich, weil diese Typen waren hochgradig aggressiv und beleuchteten uns mit, mit starken Taschenlampen, so dass man selber nichts sehen konnte. Ich sag, machen Sie doch mal die Taschenlampe auf und leuchten mir nicht immer eine Fresse. Was soll denn der Scheiß? Und dann, äh, und weil ich einfach keine Lust habe, ich bin jemand, der solchen, ich gehe einfach blöden und dummen Menschen aus dem Weg und mach das nicht. Und, äh, dann haben wir gesagt, ja, wir bauen eben ab, aber das dauert ein paar Minuten. Und dann haben wir uns angezogen. Dann fing der andere noch wieder an, mit seiner Jagd zu erzählen. Ähnlich, so langsam kriegte er dann wohl mit, dass ich doch Jäger bin. Dann habe ich ihm mal erklärt, dass er, wenn er hier nichts erkennen kann, und das ist Vollmond, ich bin seit zig Jahren Jäger. Ich habe noch niemals bei Vollmond eine Sau geschossen, weil die Sauen sind schlau. Wenn das so hell ist, dass du auf dem Feld, wie beim Helllicht, wie in der Dämmerung gucken kannst, gehen die nicht raus, denn bleiben die im Wald oder im Kernschatten. Der, und so ein alter Mann, der, äh, die schießen so keine Sauen. Also, die, die gehen da, glaube ich, das ist oft bei so älteren Jägern, die gehen aus Tradition, weil Vollmond ist, gehen die raus. Und, äh, ich wette, der Mann hat x Jahre auf, ähm, bei Vollmond keine Sau geschossen. Die, die schießt du eher, wenn die, wenn das bedeckt ist und halb dunkel, und dann ist das auch noch Glückssache. Das habe ich ihm nochmal erklärt, und dann wurde er dann, äh, guckte er mich ganz doof an. Ich sage außerdem, falls du es noch nicht wisst, in deinem Alter seid, ihr könntet ihr auch noch dazu lernen, es gibt Thermalkameras. Also, ich benutze sowas. Und, äh, ich sehe auch, wenn du pinkeln gehst, auf zwei Kilometer entfernen, und sehe ich deinen Pissestrahl. Und, äh, das, äh, guckte er mich ganz blöde an. Ich sage, wir bauen jetzt ab und wir gehen hier weg, weil ihr seid uns hier zu aggressiv. Aber, dass der Punkt war, wo ich jetzt drauf hinaus war, und dann haben wir abgebaut, dann bin ich mit Henrik einfach weggegangen, dann wollte er uns doch erzählen, wo wir lang zu gehen haben, dass wir da nicht lang gehen dürfen. Also, er wollte uns erzählen, dass wir nicht zu unserem Auto zurückgehen dürfen, weil wir, wenn wir nach rechts abgebogen wären, hätten wir wenigstens, da hätten wir mitten in der Nacht, du weißt ja gar nicht, wo du hin sollst, du bist irre weit weg von deinem Auto. Und dann wollte der uns erzählen noch, dass wir da lang zu gehen haben, und das war alles sehr, sehr Hanebüchen. Beim Weggehen habe ich mich dann erstmal besonnen, das ist, man ist auch aufgeregt. Ich versuche immer, ruhig zu bleiben. In der Gastronomie habe ich gelernt, zu deeskalieren, mich nicht dahin leiten zu lassen, zu Aggressionen, weil die waren ja schon aggro genug. Und das war schon sehr grenzwertig, wie die sich benahmen. Und dann haben wir hinterher eigentlich festgestellt, Henrik und ich, die hatten dann auch keine Daten von uns, aber selbst wenn da was kommen würde, ja, wir haben eine Ordnungswidrigkeit begangen. Und wir haben nämlich im Wald übernachtet, mit einem Zelt. Und wir haben ein kleines Feuerchen angehabt. Okay, das ist bedenkenswert, aber ich halte das für halbe Höhe, weil ich, es ist einfach so, wer geht denn bei diesem Wetter raus? Guckt euch das an, wir haben heute Samstag, ich laufe jetzt hier schon eine Stunde rum und ich sehe keine Menschen. Hier allein in Stadtnähe, die Leute sind faul geworden, und das geht keiner raus. Also wenn jemand sagt, wenn das jeder machen würde, nee, macht nicht jeder, die Leute gehen nicht so weit raus. Sobald das nur ein bisschen regnet, sehe ich gar keinen mehr. Selbst hier, den kommt ab und zu vereinzelt noch mal einer mit dem Hund. Aber sonst nichts. Wenn die Sonne scheint auf dem Sonntag, wenn ich hier lang gehe, ist es voll. Dann aber auch nur zwischen 14 Uhr und 17 Uhr. Und dann sind die alle wieder weg. Hier geht keiner übernachten und sitzt im Gebüsch und macht sich ein kleines Wärmefeuerchen. Das macht keiner. Also wenn da dieses Argument, wenn das jeder machen würde, ist totaler Schwachsinn. Ja, aber jetzt kommen wir nämlich zu dem Knackpunkt, was der Mann gemacht hat. Die beiden, die haben nämlich eine Straftat begangen. Und von daher sehe ich das alles ganz gelassen. Also das ist natürlich schon ein bisschen Whataboutism, dass ich sage, ja, meins ist ja nicht so schlimm, weil die haben ja was viel Schlimmeres gemacht. Nein, ich werde aber weiterhin auch wenn, ich werde weiterhin kampieren in der Natur sein. Ich bin Jäger geworden, weil ich die Natur liebe. Weil ich Jahre bevor ich Jäger war, draußen war. Und ich lasse mir das auch nicht nehmen und ich mache das weiter und genieße die Natur und bin draußen. Die Jungs haben sich als Polizisten ausgegeben. Das ist eine Straftat. Und dann haben sie noch etwas gesagt. Sie wären bewaffnet und haben damit uns gesagt, dass sie uns bedrohen mit der Waffe. Wir fühlten uns dann auch bedroht in der Form. Also es war ja so, Mensch, du halt mal lieber den Ball flach, wenn die da eine Knarre zucken und die sind schon so aggressiv. Da bist du ganz, ich bin da, ich gehe da sehr deeskalierend vor, weil du weißt ja nicht, wir haben, ich habe eine kleine Petzel-Stirnlampe dabei gehabt, oder so ein Black Diamond, die hatte nicht so viel Licht. Da konnte ich nicht mal deren Gesichter sehen, ich konnte nichts sehen von denen. Und das war einfach nur schwer grenzwertig, wie die sich benommen haben. Also ich halte jetzt überhaupt keine Probleme oder wenn ich da eine Anzeige bekommen sollte, dann sind die auf jeden Fall, weil dann kommt die Gegenanzeige, weil ich gehe nicht los und zeige Menschen an, weil sie mal einen Fehler machen. Was mache ich nicht so was? Weil das sind Menschen, jeder Mensch macht mal einen Fehler. Da muss man mal cool bleiben. Ich mache auch Fehler, laufend. Macht ihr sicher auch, wenn ihr euch das mal ehrlich eingesteht. Und diese Typen haben da auch einen Riesenfehler gemacht. Wenn ich darauf aus wäre, würde die jetzt ihren Jagdschein los sein. Ja, ich bin aber auch nicht, ich will einfach mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben, weil die waren schon echt fies drauf. So, und zwar alte Schrottos, die wirklich sehr, ja, die waren nicht ganz kapitelfest. Allein dann zu sagen, sie werden bewaffnet und sie sind die Polizei und so weiter, das ist eine Straftat, die sie machen dürfen. Sie sind nämlich als Jäger nicht weisungsbefugt. Ich kann als Jäger, ich gehe oft bei mir im Revier und wir haben da ein Naturschutzgebiet und ich erkläre den Leuten, hey Leute, wenn die dann hier im Naturschutzgebiet ihren Hund freilaufen lassen, erkläre ich denen, da vorne ist ein Schild, gucken sie mal drauf, da steht, dass sie ihren Hund nicht freilaufen lassen müssen, über alles weitere in Naturschutzgebieten müssen sie sich kundig machen, wenn sie die betreten und das schützt sie nicht, dass sie es nicht wissen, schützt sie nicht davor, dass wenn sie einen Förster hier erwischt und wie sie in der Heidefläche rumrennen, die sie nicht betreten dürfen, sie müssen auf den Wegen bleiben, dass sie das locker mal 400 Euro kostet, so eine Nummer. Ja, und dann, ja, es ist so, also die, ich kann, ich kann mal hingehen mit den Leuten, ich mache das auch oft bei mir im Revier und erkläre den Leuten das und sag eben, erkläre auch, wenn die dann einen Hund haben, ich streiche den, weil meist, das sind ja auch, ich liebe ja Hunde, ich bin ein Jäger, jeden Jäger lieben Hunde, ich würde auch keinen Hund abschießen oder irgendeinen Quatsch, also ich, und ich erkläre denen auch, dass ich verstehe, dass sie ihren Hund auslaufen lassen müssen, aber das Problem ist eben ein Naturschutzgebiet. Wir waren da in einem ganz normalen Waldgebiet und das öffentlich zugänglich war mit einem Weiher und haben uns da aufgebaut. Also, die halten gar keine Weisungsbefugnis, dass sie uns denn da, die hätten dann die Polizei holen müssen, dann wäre das alles korrekt gewesen und selbst dann wären sie aber dran gewesen wegen der Bedrohung mit der Waffe und der Aussage, dass sie die Polizei werden. Das zum einen. Ja, wir sind dann abgehauen, haben dann einen ziemlich langen Gewaltmarsch zum Auto in der Nacht gemacht, weil wir auch keinen Bock mehr hatten, jetzt nochmal wieder aufbauen, nochmal wieder aufblasen, die die Luftmatratzen, alles wieder einrichten und so weiter. Ihr kennt das, das dauert ja auch immer mal ein paar Minuten und dann sind wir, haben wir uns entschlossen und dann waren wir irgendwann ganz in der späten Nacht dann beim Auto, wir haben richtig Galopp gemacht und sind dann nach Haus gefahren. Haben uns dabei kaputt gelacht, auch noch über die Situation, ist ja auch mal eine Erfahrung wert. Also so ein Abbruch vom Lager mitten in der Nacht aus dem warmen Schlafsack, das macht man bei der Bundeswehr eventuell mal, aber sonst nicht. Früher bei den Fahrtfiltern hatten wir auch so Geländespiele mit Nachtspielen, mit Catcher the Flag und so, Catcher the Flag und sowas gespielt. Das war auch lustig, da musstest du auch aus dem Schlafsack raus. Aber wann macht man sowas mal? Und da hat man gesehen, wie schnell man auch ein Lager abbauen kann. Natürlich sind auch wieder so Kommentare dabei, die einem auch, oh, dann sagst du, Mensch, das ist auch wieder so nur weltfremd, wo man, wo der Mensch nur versucht, ich bin ja so frei und zeige euch einen Teil meiner Fehlbarkeit. Das heißt, was ich eigentlich nachtreten und dann so neunmal kluges, wie soll ich das sagen, so Oberlehrer, ja, das hättest du doch wissen müssen, als Jäger und dann der eine wieder, ja, das ist ja gar kein Buschkraft, was ihr macht. Ja, ich schnitz jetzt keine Löffel mehr und ich bin auch schon so erfahren, dass ich einfach ein Feuerzeug nehme, weil ich kann Feuer bohren und ich habe ja auch eine Survival-Schule und da zeige ich den Leuten laufend sowas an, wenn jetzt kein Corona ist, an den Wochenenden. Also, ich bin jetzt privat und dann nehme ich einfach ein Feuerzeug zum Beispiel. Ich nehme auch für schnell mal zwischendurch Wasser kochen, nehme ich einfach meinen Gasbrenner, weil ich damit und kontrollierter kochen kann oder ein Steak braten kann. Und da sind oft Leute bei, die dann so richtig so, 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 du brauchst nur den kleinen, so ein 1% Fehlbarkeit zeigen, denn greifen die da mit ihren Krallen rein, um dich dann irgendwie zu richten. Wie ich eben, dass ich, eine schrieb dann, wo ich dann meinen Wohnwagen und mein Allrad gelassen hätte und so weiter, das wäre ja fast wie Wohnwagencamping mit Allrad, sehe ich nicht so, denn wir sind gewandert, er saß womöglich in der Zeit auf seinem Sofa und hat irgendeine Telenovela geglotzt. Wir sind da draußen mit dem Rucksack, haben nur die Sachen mit, die wir in diesen kleinen Rucksäcken hatten und das, was wir gemacht haben, weil wir einfach das genießen da draußen und ich kaufe mir vorher ein Steak, ja, und brate das einfach und dann haben wir ein bisschen Käse mit und ein bisschen selbstgemachten Speck und haben uns noch einen Kakao gemacht. Ganz normale Dinge, also von daher sehe ich nicht, dass ich mich da irgendwie rechtfertigen muss, was ich ja aber ja gerade tue, also ich sehe, dass ich einfach draußen Mensch bin und die Natur genieße und eben das dann in der Form mit meinem Rucksack und den Sachen, die ich mit habe, einer Isomatte, einem Schlafsack und einem Zelt zu meinem Wohnzimmer mache. Dass ich ein Messer mit habe und eine Säge und solche Sachen, liegt unter anderem auch daran und da sieht man auch manchmal so ein bisschen die Scheuklappigkeit der Menschen, die das dann so bewerten. Ich mache ja YouTube für euch. Wo denkt ihr denn, kriege ich die Bilder her für Reviews von Gegenständen, die ich euch zeige und revieue, wenn ich die nicht im Einsatz bei meinen Touren mithabe? Also muss ich doch schon mehr mitnehmen, als wenn ich das nicht machen würde, YouTube machen würde. Dann hätte ich auch gar keine Kamera mitgehabt, dann hätte ich keine Säge oder irgendwas gemacht, dann hätte ich einfach nur gewandert, abends da mir was Schönes zu essen gemacht, da wäre kein Stativ dabei gewesen, keine zweite Kamera, denn das ist ja der Punkt. Also ich mache ja eben YouTube und dadurch habe ich ja Sachen eben mit, die, würde ich mal sagen, zusätzlich sind, Add-ons sind, die man nicht unbedingt braucht. Auch wohl kam denn einer, mehrfach habe ich das gelesen, ja, dass ich mir da einfach Holz geklaut hätte, eine Holzentnahme gemacht hätte. Und das kann man natürlich so sehen. Das war Totholz, Bruchholz, da haben wir uns eine Stange von abgesägt, zwei Stangen und zerkleinert. Ich habe kein Frischholz gesägt, gar nichts. Wir haben einfach nur totes Holz genommen, was im Windbruch lag. Also von daher auch überhaupt kein Thema. Sehe ich nicht, dass ich mich dafür anklagen lassen muss. Immer dran denken, wenn ihr solche so Spitzfindigkeiten auch rausbringt, denkt mal drüber nach, ob ihr selber so erhaben seid, dass ihr, ob ihr jeden Tag so perfekt seid, dass man so anklagen kann. Das ist für mich auch immer ein Thema, wo man auch mal drüber nachdenken sollte, wenn man Kommentare schreibt, bin ich denn selber wirklich besser? Nehme ich mir nicht selber einen Stock? Wo ist denn der Unterschied, ob ich jetzt einen Ast absäge oder ich gehe in den Wald, weil du guckst mich ja, weil du irgendwie eine Affinität zu Messern oder irgendwas hast? Also wirst du ja genauso, wie ich jetzt mit der Säge einen Äste absäge, wirst du bald gehen dir auch mal einen Ast abmachen und schnitzen. Hast du den Grundstücksbesitzer gefragt, ob du dir den Ast von seinem Baum abmachen darfst? Also so. Nehme ich mir nicht Also da muss man ja mal drüber nachdenken. Ich denke immer so, da ist immer so mit so selektive Wahrnehmung ist das ja. Ja, liebe Leute, auf jeden Fall finde ich das sehr interessant. Ich mache dieses Video auch einem, um mal für mich was klarzustellen. Einen guten Aspekt fand ich, da schrieb ein Kommentator, dass ich vielleicht mal ein Video machen sollte, Aspekte Bushcraft oder Outdoor-Wandern gegen Jäger. Und ich sehe das gar nicht so mit gegen Jäger. Ich sehe das für Jäger. Ich werde da auch noch ein Video drüber machen. Das finde ich ist eine sehr, sehr gute Idee von dir. Dankeschön. Also das fand ich sehr inspirierend. Vorweg möchte ich noch sagen, was ich mich im Nachhinein auch noch mal drüber gefragt habe, weil ich noch keine Bushcrafter direkt so bei mir getroffen habe, die immerhin unter meinem Hochsitz lagerten mit einem kleinen Lagerfeuer. Und erst jetzt habe ich mir mal so richtig die Gedanken gemacht. da ich aber ja schon immer versuche mit den Leuten ruhig und höflich rüber zu kommen. Ich möchte nicht so ein Scheißjäger sein, der andere Leute da verjagt, sondern ich möchte denen erklären, warum, was ist vielleicht. Wenn ich solche Leute treffen würde bei mir im Revier und ich kriege das mit und die sitzen noch am Feuer und das sieht alles vernünftig aus, also ich denke dann auch so, eigentlich sind das doch die Jäger der Zukunft. Ich war doch auch mal genauso wie die dann da sitzen, so denke ich darüber. Wenn die denn da wären, dann gehe ich eben in einem anderen Teil meines Revieres und setze mich da hin, weil das ist groß genug. Ich würde hingehen und ihnen eben erklären, und mal eben mit denen sprechen. Ich würde die definitiv, das weiß ich, nicht verjagen, weil in dem Moment, wo die nämlich bei mir da anfangen rumzurödeln, machen die mehr, sorge ich durch diese Rödelei, die ich denen auferlege, dass ich noch mehr Unruhe in dem Revier habe. Also dann kann ich da eher umswitchen und die da lassen und gehe einfach einen Hochsitz weiter. Das würde ich machen, definitiv. Ich würde eventuell auch mit denen noch eben reden und erzählen und klarzumachen, dass ich auch hier bin, dass sie eben merken, dass das Einfluss nimmt. bin ich mir ja auch bewusst, dass ich mit unserer Kampiererei Einfluss genommen habe für das Verhalten von anderen Menschen und denen auch in der Form ja was aufgedrückt habe, dass sie da vielleicht behindert wurden. Ja, das würde ich so machen. Also da habe ich definitiv drüber nachgedacht, weil ich das jetzt schon mehrfach mich auch mit bei mir im Revier mit Hundeleuten und so auseinandergesetzt habe. Also was ist einfach ruhig gesprochen habe, denen versucht habe, das zu erklären mit dem Naturschutzgebiet und eben aber auch Verständnis dafür zeige als Hundebesitzer, dass mein Hund eher auch Auslauf braucht und ich das verstehe, dass ihr Hund auch Auslauf braucht. Von daher, die sind eigentlich viel näher eigentlich bei uns, weil die gehen ja noch raus. Ich lasse mir bloß eben nicht gerne sagen von jemandem im Netz, ich will jetzt auch keinen davor verurteilen, da sind viele Menschen, die gar nicht raus gehen und da möchte ich eben auch nicht von denen einfach verurteilt werden für Sachen, wo sie noch weiter von weg sind. Also ich denke immer, die Leute sind, wir haben viel zu verlieren eher als Jäger und ich denke auch, wenn man mit den Leuten spricht, gewinnt man mehr und wenn man sich auch, wenn ich mit diesen Leuten einfach, wenn ich denen meine Mobilfunknummer gebe und wenn die dann fragen, wann sind die denn da, das wäre ja eine viel einfachere Sache, dann können die da im Waldstück hinten mein wegen auch campieren und können mich ja vorher anrufen und dann das eben was ist ja man gewinnt ja durch Menschen die man kennenlernt das ist meine Auffassung ich lebe sehr offen mit Menschen die mit Freunden und so weiter wir haben ein sehr offenes Haus jeder ist willkommen das ist meine Willkommenskultur für mich Gastfreundschaft das war immer das resultiert aber eben auch daraus dass ich so lange in der Gastronomie tätig war und immer offen auf Menschen zu gehen musste so das war's für heute Leute ich hoffe ich konnte euch ein paar Fragen dazu beantworten denn das ist ein geiles Thema demnächst werde ich mal so ein Video machen über Jagd versus Bushcrafter das fand ich ist ein geiles Thema und wir sehen uns dann bis bald und schreibt mal in den Kommis rein vielleicht habt ihr noch Anregungen und auch wie seht ihr das allgemein nochmal wieder was auch gerade mit der Aufklärung zu dem wie die sich da verhalten haben als Amtsanmaßung und so weiter so bis denn tschüss das wird dann